Der Funk gleich nochmal konsultieren. Das könnte die Lösung sein. Was ist das? Das ganze Dorf redet von ihrem Song und Dings und der hier träumt von ihr und sagt hier mach mal Musik. Und du willst mir sagen, das geht nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt nochmal dahin. Ach du Scheiße. Jetzt ist die weg. Oh, ich kotz alles voll. So, ich tue den Walross gleich. Ich bin mal raus. Alles klar. Oh, Rheinsgerätzer. Au, au. Aber ich erinnere mich an, dass du noch Honig. Da liegt ein Brief. Bin am Strand. Okay. Das ist nur die Frage wo. Wahrscheinlich da unten auf der Bank. Behaupte ich mal. Hallo. Oh, Link. Schön, dass du mich hier besuchen kommst. Willst du dich ein bisschen zu mir setzen und reden? Ja, ich würde nichts lieber tun als das. Oh. 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 Dann frage ich mich woher diese Palmen kommen. Tarin sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe da draußen auf dem Meer. Aber da muss es etwas geben. Sehr gesprächig, Link. Als ich dich am Strand gefunden habe, Link, da war ich ganz außer mir. Ich habe dich für ein Zeichen der Götter gehalten. Wenn ich eine Möwe wäre, dann würde ich ganz weit fliegen und für alle auf der Welt sehen. Als Möwe? Ich frage mich, ob der Windfisch mir diesen Wunsch erfüllen würde. Ich weiß nicht, ob es das einzige ist, Early Bird. Aber das stimmt, die Aussage ist auf jeden Fall korrekt. Er macht das ja nur, um hier wieder wegzukommen. Eigentlich ziemlich traurig. Hallo, Link. Hast du mir überhaupt zu? Äh, nein. Irgendwann möchte ich mit dir dahin gehen, wo du herkommst, Link. Da, wo der Pfeffer wächst. Ah, vergiss, was ich gesagt habe. Hihihi. Was? Soll ich mit dir zum Walrus gehen? Also gut, dann... Spontaner Thema wechseln. Ich habe einen Mädchen. Achievement unlocked. Maren kommt mit. Das ist die Gelegenheit. Super. Muss ich dir jetzt... Wahrscheinlich kann ich nicht teleporten. Warte mal, ich kann doch hier... Hier... Vor allem so, ach, ich will mit dir dahin gehen, wo du herkommst. Und er so... Kommen wir zum Wal raus. Hahahaha. Alles klar. Link dir, alter Romantiker, du. Jo, guckst du dir an, wie er jumpen kann? Und ich brauche dafür Stiefel und die... Ein... Pixel. Was ist das hier? Was war das? Sollen wir das aufwecken? Ja, bitte. Mama? Alles klar, danke, Early Bird. Geh mal ruhig in den Lurk-Mode. Ist okay. Viel Spaß beim Schneiden. Hahaha, das hat jetzt aber munter gemacht. Hihi. Hä? Ich glaube, der will was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen. Oh, diese Kanickel. Tja, dann gehe ich jetzt mit ihm nach Zohldorf. Komm auch später auch mal vorbei, Link. Alles klar. Wart auf mich, Babydard. So. Super cringe. Hm. Wer wagt es, auf dem Sand herumzulaufen, um meine Ruhe zu stören? Der Dildo Master 3000. Von dem habe ich schon gehört. Prepare your anus. Kann ich da drauf laufen? Ja, kann nicht. Ach so. Ich darf nur nicht in die Mitte geraten, nehme ich mal stark an. Out, 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 out. Out, 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 out. Vielleicht kann ich ja auch mal nicht getroffen werden. Hm, was hältst du da von Link? Ist ne Option. Alles gut. Zack. Was ist denn Wunderschlußball? Okay. Ich weiß ja, wo ich ihn reinstecken muss. Ich weiß ja, wo ich ihn reinstecken muss. Hehehehe. XD ZE